Musik Hey, wie fühlst du dich? Ich? Ja, ich fühle mich ein bisschen verunsichert. Was ich aber weiß ist, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, meinem jüngeren Ich wichtige Erfahrungen mitzuteilen, dann wäre die Botschaft heute ganz sicher mit dabei. Denn eines weiß ich, das hätte ich ganz sicher früher auch gerne hören wollen. Das hätte für mich sicherlich einiges erleichtert. Du siehst, ich muss das also machen, das Video mindestens für mich. Um was geht es? Es geht um die Frage, warum es möglich wird, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Dass wir einfach eine schlechte Intuition entwickeln. Und dann am Ende eben viel zu spät merken, dass uns eine bestimmte Person oder eine bestimmte Situation, in die wir uns begeben, nicht guttun. Nach dem Intro werde ich dir nicht nur meine Erfahrungen und Ansichten dazu mitteilen, sondern ich werde dir auch verraten, was die große, die wirklich, wirklich große Herausforderung ist, wenn du das zum Positiven verändern möchtest. Und ja, natürlich sage ich das mir alles selbst. Also meinem jüngeren Ich fühle dich also nicht zu dolle angesprochen. Also, Intro ab. Herzlich willkommen hier bei Hokus Pokus Fokus. Mein Name ist Michael Antoni. Ich bin ein Bayer, der hier in Berlin glücklich ist. Und vielleicht hast du ja Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen und ich werde auch sehr dankbar, denn abonnieren wird hier wirklich wertgeschätzt. Ich frage mich einfach, besser fühlen und glücklich sein, wie geht es, wenn du keinen guten Kontakt zu dir hast? Und ich glaube, das wird wirklich schwierig, denn wenn du keinen guten Kontakt zu dir hast, dann weißt du eigentlich gar nicht, was für dich glücklich sein bedeutet. Und dann orientierst du dich eben ganz schnell im Außen, was für die anderen glücklich sein bedeutet. Und diese starke Orientierung im Außen, die bringt dich dann natürlich ziemlich durcheinander und du verirrst dich dann häufig auf deiner Reise durch dein Leben und wunderst dich am Ende nur, warum sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du es dir eigentlich wünschst. Ich vergleiche das Leben ja immer gerne mit einer Reise. Und am liebsten ist mir der zugegebenermaßen sehr vereinfachte Vergleich mit dem Topfschlagen beim Kindergeburtstag. Ich empfehle dir da die Artikel und das Video Fokus und Gefühl, so einfach wie beim Topfschlagen beim Kindergeburtstag. Das solltest du dir anschauen oder den Artikel lesen. Da erkläre ich diese Analogie genauer. Die Essenz ist, du weißt eigentlich immer genau, wohin es gehen soll und wie dieser Weg für dich am leichtesten erreichbar ist von deinem augenblicklichen Ort aus betrachtet. Warum weißt du das? Weil du ein Navigationsgerät hast, in das du selbst diese Ziele alle eingegeben hast. Auch wenn du dich jetzt da vielleicht nicht daran erinnerst, intellektuell, dass du diese Ziele eingegeben hast. Aber du hast ein Navi und in diesem Navi sind deine Ziele einprogrammiert. Und das Navi funktioniert genauso, wie du dich eben navigieren lässt beim Topfschlagen auf dem Kindergeburtstag. Du hast die Augen verbunden, du siehst nicht, wo es hingeht, aber die anderen wissen genau, wo du hin willst und wo die Überraschung auf dich wartet und navigieren dich mit Wärmer und Kälter. Sie geben dir also Hinweise. Und da du dich darauf verlässt und in Richtung Wärmer gehst, wenn es Wärme ist und eine andere Richtung suchst, wenn sie Kälter sagen, kommst du auch immer an dem erwünschten Ort an, wo eben die Überraschung für dich wartet. Und Wärme und Kälter des Topfschlagens sind in deinem Navigationsgerät durchs Leben eben sich besser fühlen und schlechter fühlen. Das alles kannst du vertiefen in den Artikeln. Ich blende dir hier dann jetzt auch einfach ein, zum Beispiel eben zwei Dinge, die dein Leben verändern. Oder die Gefühlsskala, um das Spektrum der Gefühle ein bisschen so zu verstehen und mitzubekommen, was ist besser und was ist schlechter. Das Gefühlsgrab hilft dir da und eben auch zwei Fragen, die mein Leben bisher so formen. Die Artikel sind auch alle in der Beschreibung unten, sodass du da dann draufklicken kannst, wenn du das genauer durchlesen möchtest und in Erfahrung bringen willst, wie dieser Vergleich mit dem Topfschlagen von mir ganz speziell gemeint ist. Mir ist jetzt hier für das Video nur folgender Ausgangspunkt wichtig. Darüber, dass du weißt, wohin die generelle Richtung geht, weißt du auch immer, ob dein nächster Schritt dich in die erwünschte Richtung bringt oder eben nicht. Und damit weißt du auch immer, ob eine Person oder eine bestimmte Situation dich eben in die erwünschte Richtung bringt, dich diesen nächsten Schritt gehen lässt oder eben nicht. Das weißt du immer. Du weißt es nicht intellektuell, sondern du spürst es sofort. Du spürst, dass es eben wärmer wird oder kälter. Sprich, du fühlst dich ein klein wenig besser damit oder ein klein wenig schlechter damit. Ganz sicher. Dieses Navigationsgerät ist jetzt die Hilfe, wenn es um den menschlichen Urkonflikt geht, wo du dich entscheiden musst zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und denen der anderen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, Moment, Moment, wenn es so einfach wäre, dann wäre es doch für mich auch ganz einfach. Dann wäre doch alles ganz einfach. Aber für mich ist es nicht so einfach, also kann es doch gar nicht so einfach sein. Und da kann ich dich beruhigen, ja, so einfach ist es nicht. Für mich ist es auch nicht so einfach und für alle meine Patienten ist es nicht so einfach. Und ich glaube, für die allermeisten, die ich kenne, ist es nicht so einfach. Und deswegen wollen wir uns jetzt anschauen, wie es so weit kommen kann, dass das, was eigentlich total einfach und natürlich ist und früher mal für uns auch ganz einfach war, eben so schwer und so anstrengend werden konnte. Stellen wir uns also das mit der Reise ganz konkret vor. Stellen wir uns vor, du stehst an so einer Weggabelung. In die linke Richtung geht dein Weg, in den du eigentlich gehen möchtest. Und neben dir steht eine andere Person und die andere Person würde mit dir gerne in die rechte Richtung gehen. Und du spürst sofort, dass das nicht die richtige Richtung ist. Dein Navigationsgerät meldet sich sofort. falsche Richtung. Bitte umdrehen. Genau. Und sagt er das auch. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wer diese Person ist, die da mit dir an dieser Weggabelung steht. Ist es eine Person, die dir nicht so wichtig ist und die dir nicht so nah ist, dann wird es für dich nicht so eine große Herausforderung sein. Dann wirst du wahrscheinlich sagen können, nein, danke und bleibst auf deinem Weg. Ist dir die Person aber wichtig, dann verändert das natürlich alles. Denn jetzt bist du nur allzu leicht bereit, auf deinen direkten Weg zum Glück zu verzichten und einen Umweg einzuschlagen. Du sagst dir, ach, das mit dem Umweg ist kein Problem. Ich begleite dich gerne auf deinen Weg zum Glück. Gar kein Problem für mich. Außerdem, ja, bist du schon ein paar Jährchen alt und das heißt meistens, dass dein sicherer Umgang mit diesem Navigationsgerät, mit diesen Gefühlen nicht mehr so klar ist. Das sind oft eher keine klaren Gefühle mehr, sondern so vage Ahnungen. Und naja, vage Ahnungen, auf die kann man sich vielleicht nicht so verlassen. Und überhaupt, das mit diesen Gefühlen ist sowieso so unklar und so. Und dementsprechend ist es vielleicht da besser, einfach höflich zu sein und freundlich und eben die anderen glücklich zu machen, als so vage Ahnungen wichtig zu nehmen. Ist das jetzt ein Problem? Na ja, wenn das nicht allzu oft passiert, ist es kein Problem. Aber wenn es zu häufig passiert, dann wird es natürlich zu einem Problem. Es ist nur so, an so einer Weggabelung standst du schon allzu oft und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du dich viel zu oft gegen dein Gefühl entschieden hast und dich auf den Umweg eingelassen hast. Schauen wir uns den Mutter-Kind-Klassiker an. Ein bisschen überspitzt dargestellt, damit klar wird, was in der Regel sehr viel subtiler abläuft. Und um dir eine Ahnung zu vermitteln, wie sehr du schon darin geübt bist, dich gegen dich zu entscheiden. Stellen wir uns also vor, du bist als kleines Kind an dieser Kreuzung. Dein Navi funktioniert noch perfekt. Also sprich, du kannst dein Navigationsgerät noch super gut lesen. Du nimmst besser und schlechter fühlen deutlich wahr. Du weißt genau, in welche Richtung es gehen soll, nämlich wärmer, alles tutti. Für dich ist einfach besser fühlen das Allernormalste der Welt. Ja, und neben dir steht deine Mama. Deine Mama weiß natürlich auch, was sie will. Sie will sich natürlich auch einfach besser fühlen. Nur ist sie schon so alt, beziehungsweise erwachsen, dass sie es eher verlernt hat, was es bedeutet, sich einfach besser zu fühlen. Sie ist schon ganz in dieser Erwachsenenwelt angekommen, wo es heißt, um mich besser fühlen zu können, muss eben entweder die Welt ganz bestimmten Vorstellungen entsprechen oder ich muss eben ganz bestimmten Vorstellungen entsprechen. Und das bedeutet, damit ich eben glücklich sein kann, muss entweder ich die Macht haben, damit ich die anderen zwingen kann, dass sie sich so verhalten, wie ich es eben genau möchte. Oder wenn ich die Macht nicht habe, dann muss ich es hinbekommen, dass ich mich so verhalte, dass die anderen das gut finden, eins von beiden. Wer deine Mama sein will, welche Bedürfnisse sie hat, das spielt alles schon lange keine Rolle mehr. Es spielt eine viel größere Rolle, was die anderen wollen und was die anderen meinen. Das, was dir also noch bevorsteht, hat deine Mama schon längst hinter sich. Und das bedeutet für dich und deine Mama jetzt hier an dieser Kreuzung, dass deine Mama sich besser fühlen kann. Dann braucht sie ein ganz bestimmtes Verhalten und zwar von dir. Und da steht ja also beide an deiner Weggabelung. Du weißt eigentlich genau, in welche Richtung du gehen willst. Aber wenn deine Mama möglicherweise den anderen Weg bevorzugen sollte, dann kriegst du das mit. Du spürst es. Du spürst es. Du siehst es in den Augen deiner Mama. Egal wie laut oder leise jetzt die Überzeugungsarbeit deiner Mama ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du dich am Ende für das Wohlbefinden deiner Mama entscheidest. Warum? Weil du sie natürlich liebst und weil du auch abhängig bist von ihr. Du machst es nicht leichtfertig. Du hast viele gute Gründe, dich so zu entscheiden. Wir alle machen das in einem gewissen Sinne so. So gut sind die Gründe. Auch deine Mama hat es früher so gemacht. So gut waren die Gründe. Du gehst also in die Richtung, die dich von deinem Ziel entfernt. Dein Navi reagiert sofort. Falsche Richtung. Bitte umdrehen. Genau. Heißt, du fühlst dich sofort ein klein wenig schlechter oder gar richtig beschissen, je nachdem. Du opferst also jetzt dein Wohlbefinden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du bekommst natürlich auch etwas geschenkt, nämlich die leuchtenden, strahlenden Augen deiner Mama. Auch wenn es schmerzt, dass du dich gegen dich entschieden hast, ist es auch schön. Das ist das Paradoxe daran. Die Freude in den Augen der Person zu sehen, die du über alles liebst, lässt dich eben diesen persönlichen Schmerz leichter aushalten. Das Problem ist nur, wenn du das viele Male am Tag erlebst und machst, dann verirrst du dich völlig auf deiner Reise durch dein Leben hin zu deinen Zielen. Und dein Navigationsgerät hat dann eben immer nur noch die eine Botschaft. Falsche Richtung. Bitte umdrehen. Immer noch falsche Richtung. Bitte umdrehen. Wohin fährst du denn? Umdrehen. 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 Und das nervt. Und da es so nervt, schaltest du jetzt dein Navigationsgerät ab. Und jetzt kannst du also hinfahren, wohin du auch immer hinfahren möchtest. Du hast Ruhe. Nur bekommst du jetzt eben auch nicht mehr mit, wenn du in die falsche Richtung fährst. Und das macht dich völlig orientierungslos. Und diese Orientierungslosigkeit macht dich jetzt total abhängig von deinem Umfeld. Und auf diese Abhängigkeit lässt du dich natürlich nur allzu gerne ein. Denn auch wenn du deine Bedürfnisse opferst, wenn du dein Leben opferst, kriegst du im Gegenzug eben Sicherheit. Du bekommst eben Werte und Regeln, an denen du dich orientieren kannst und die dir garantieren, dass wenn du dich an diese Werte hältst, du die Freude und den Applaus der anderen eben bekommst. Die anderen werden dich dann lieben, wenn du dich so verhältst, wie sie es eben wollen. Tja, und du? Du spürst den Schmerz nicht mehr wirklich? Dafür freust du dich eben dolle an der Freude der anderen, die du in ihren Augen erkennen kannst. Und je besser du dich an der Freude der anderen erfreuen kannst, desto leichter wird es für dich, auf deine eigenen Wünsche zu verzichten. Und diese Freude der anderen wird jetzt sowas wie, ja, wie soll ich sagen, sowas wie deine Droge. Es wird dein Stoff, der dich vergessen lässt, wie sehr es schmerzt, wenn du dich jedes Mal gegen dich entscheidest und dich damit eben verrätst. Tja, und um dich wieder zu finden, deine eigenen Regeln, deine eigenen Werte, deine eigenen Ziele zu entdecken, musst du dein Navigationsgerät wieder anschalten. Du musst wieder hören, wenn es heißt, falsche Richtung. Du musst wieder deine Gefühle fühlen, wie du dich eigentlich fühlst, ohne die Droge, die Freude der anderen. Und das heißt eigentlich in dem Bild, du musst einen Entzug machen. Daran führt letztendlich gar kein Weg daran vorbei. Und je nachdem, wie groß die Abhängigkeit war, wird natürlich das eher unangenehm bis schrecklich. Denn wenn du deine Gefühle wieder fühlst, weil du dein Navig wieder wahrnimmst, dann lassen die dich ganz klar wissen, wo du stehst. Der Schmerz, die Leere und Schwere, die möglicherweise über die Jahre entstanden sind, die zeigen dir, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und diese Leere, die willst du natürlich sofort wieder füllen mit der Droge, die eben überall sofort zu bekommen ist, nämlich andere Leute glücklich zu machen. Und diesem Drang musst du widerstehen. Und das ist eben wirklich schwierig. Verstehe mich bitte richtig. Andere glücklich zu machen, ist eine ganz wunderbare Sache. Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch die wunderbarste Sache auf der ganzen Welt. Aber eben erst dann, wenn du sicher bist auf deinem Weg. Tatsächlich ist dich glücklich zu machen und andere glücklich zu machen sehr häufig das Gleiche. Sehr viel häufiger, als dir das von manchen vielleicht weiß gemacht werden möchte. Und wenn das der Fall ist, dann ist das alles leicht und gut. Aber manchmal bedeutet es, andere glücklich zu machen, für dich einen Umweg einzuschlagen. Und du kannst dir diesen Umweg erst dann leisten, wenn du sicher bist, dass du wieder auf deinen Weg zurückkommst. Solange du die Sicherheit und das Vertrauen nicht wirklich hast in deine Fähigkeiten als Spurenleser, solange du dich nicht wirklich auf deine Intuition verlassen kannst, solange musst du eben erst mal lernen, dich um dich zu kümmern als allererstes und dir und deinen Wünschen treu zu bleiben, bevor du dich um die anderen kümmerst. Und das ist ein Prozess und der braucht Zeit und der dauert möglicherweise ein ganzes Leben lang. Und in diesem Prozess wirst du über den Entzug eben wieder ein Gespür dafür bekommen, wie es sich anfühlt, wenn du dich verrätst, wie es sich anfühlt, wenn du über deine Grenzen gehst, wenn du dich ausbeutest, wenn du dich also nicht um dich kümmerst. Du musst wieder ein Gefühl bekommen für diese Alarmsignale. Du musst es wieder hören, wenn es wehtut. Das bedeutet, du musst dich sensibilisieren für das Unwohlsein. Früh zu spüren, dass du dich unwohl fühlst, ist extrem wichtig. Je früher du das spürst, desto besser ist es. Stell dir vor, du würdest erst sehr spät bemerken, dass deine Finger eine heiße Herdplatte anfassen. Das wäre nicht gut, wenn die da zu lange drauf bleiben. Stell dir vor, du würdest eben sehr spät erst mit dem Lenkrad gegensteuern, wenn du mit 180 auf der Autobahn unterwegs bist. Das ist keine gute Idee. Je mehr Energie du durch dein Leben schleusen möchtest, desto früher musst du mitbekommen, wenn das in die falsche Richtung geht. Sonst gibt es viele, viele Unfälle. Also, du musst dich sensibilisieren für das Unwohlsein. Und diese Sensibilisierung für das Unwohlsein hat einen wichtigen Nebeneffekt, nämlich, es steigt die Intoleranz für das Unwohlsein. Oder anders gesagt, dein Verlangen nach deinem Wohlbefinden wird immer größer und größer und größer. Und erst dann wirst du anfangen, dich und deine eigenen Bedürfnisse wieder wirklich ernst zu nehmen. Vorher machst du das nicht. Erst dann nimmst du dich wieder ernst und fängst tatsächlich an, dich um dich zu kümmern. Und das bedeutet, du fängst jetzt an, dich verantwortlich für dich zu fühlen. Und bringst die Disziplin auf, alles andere so lange zu ignorieren, bis du das hast, was du eigentlich brauchst, nämlich dich. Und eines ist es gewiss, hast du dich, dann bist du immer eine Freude und ein Genuss für die anderen. Fassen wir das alles zum Ende hier nochmal zusammen. Was du alles machen kannst, um dich, um dich zu kümmern, deine Bedürfnisse wieder besser zu spüren und so, das habe ich alles eben in dem oben erwähnten Video, wenn Naivität zu deinem Problem wird, beschrieben, guck dir das an. Da beschreibe ich auch, wie ich ganz persönlich konkret vorgehe, wenn ich mich wieder mal verloren habe. Die große Herausforderung bei all dem aber ist, auf die Freude der anderen zu verzichten. Denn solange diese Abhängigkeit vorhanden ist, kannst du dich nicht um dich kümmern. Durch diesen Entzug steigert sich deine Sensibilität für dein Unwohlsein und darüber steigert sich dein Verlangen nach deinem Wohlbefinden. Nur willst du nach erfolgreichen Entzug dein Unwohlsein, das du früh bemerkst, nicht kompensieren mit der Freude der anderen, sondern du willst jetzt eben deine existenziellen Bedürfnisse erfüllt wissen. Du willst eben das, was dich nachhaltig trägt und nährt und das bist du selbst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du immer wieder einen Rückfall haben wirst. Die gehören irgendwie dazu. Du wirst lernen müssen, mit diesen Rückfällen zu leben und aus ihnen zu lernen, ohne dir Vorwürfe zu machen. Nur so übernimmst du wieder immer mehr Verantwortung für dich und für deine Wünsche. Bleibst dir treu und nimmst deine Gefühle sehr ernst. Und glaub mir, alle, die in der Lage sind, sich um sich zu kümmern, sind nicht nur eine Freude für die anderen, sondern stärken die Gemeinschaft ungemein und sind daher ein großer Gewinn. Aber vor allem bleibst du eben viel länger und stabiler auf deinem Weg. Du spürst kälter und änderst den Kurs. Du spürst wärmer und bleibst in der Richtung und machst es weiter. Und so kommst du ganz sicher am Ende an dem Topf an, unter dem sich deine Wünsche erfüllen. Mach es einfach, mach es jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video und zu meinem jüngeren Ich, wir sehen uns gleich zu Hause. Also bis dahin dann. Ciao, Servus. K ER psychologically fingere eine sich sehr明ch oder ein mit einem sagen iff K Untertitelung des ZDF, 2020